Ribery Das ist immer eine Möglichkeit, Gommes, die Chance, gefährlich Tor! Mario Gommes und sein Tor-Riecher Die Flanke von der linken Seite An den Fünf-Meter-Raum Und dann müsste eigentlich Rensing zum Ball gehen Für meine Begriffe Ein kleiner Fehler von Michael Rensing Da muss er eher dran sein Scheiße! Ja, das ist es! Iman Los Ja, das ist unter anderem Untertitelung des ZDF, 2020